Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video YouTubers live. Hier erstmal auf Play und wir spielen einfach weiter würde ich sagen. Essen gehen, ich hab Hunger. Ich hab Hunger, 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 Hunger. Was? Ähm, hat der das in der ersten Folge auch schon gemacht? Neue Konsole, die PSP. Geil. Das ist ein geiler Name, Alter. Oha, was hab ich denn da oben grad gesehen? Ähm, okay. Drei Aufrufe, vier Daumen nach oben, cool. Äh, ich glaub wir brauchen doch ein neues Gameplay. Let's play. Ach, die sind alle. Ah, ich verstehe. Okay, wir brauchen ein neues Spiel. Wie viel hab ich? 45. Dann warten wir doch mal ganz kurz. Du, 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 du. Warum hab ich hier über meinem Kopf so ein Hoppel-Teil? Spielwerk. Das haben wir jetzt geholt, ne? Genau. Fortsetzung. Ähm, Aufnahme starten. Moment. Naja, komm, wir lassen das so. Weiter. So. Ähm, das da? So. Genau. Da. Das. 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 Titel. Welcher Fokusrendern akzeptieren. Ah, hochladen. Und wir gehen arbeiten. Wir brauchen wieder Money. Ich hab bestimmt grad das Falsche angeklickt. Ja. Hab ich tatsächlich. Wow. Und der rendert immer noch. Ernsthaft? Dann gehen wir noch nur runterarbeiten. Komm. Sechs Stunden. Da muss er auch noch hochladen, sehe ich. Ah, er ladet hoch. Schön, 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 schön. Hä? Ähm, zeig mal meinen Kanal. Abonnenten 211. Hä? 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 Ähm, hier, schlaf mal ne Runde. Videos hochgeladen. Oh, da kommt meine Mutter an. Du hast so gut wie nichts in dieser Woche gelernt. Ich hoffe, nächste Woche wird es besser. Äh, was? War ich schon zweimal in der Schule? Ernsthaft? Boah, alter. So, wir nehmen gleich das nächste Gaming auf hier. Da. Weiter. Rolt wieder den Controller immer her. Ähm, das da. Und das da. Rändern, akzeptieren. Ähm, essen, nein. Und ich würde sagen, wir gehen erst mal ab in die Schule, denn der braucht ja noch ein Weilchen. Und der ladet hoch, alles gut. Schön, schön. Alter, 1,4K-Aufrufe. So viel hätte ich auch gerne noch mal auf meinem Kanal. Der ladet noch hoch. Das heißt, wir können noch ne Runde pennen. Aber wie kriege ich denn das jetzt hier weg? Aber wie kriege ich denn das jetzt hier weg? Ähm, fortsetzen wir. Ähm, fortsetzen wir. Weiter. Wie immer formelle Begrüßung. Das da. Und das da. Und das da. Akzeptieren. Oh, nice, nice, nice. Oh, nice. Yeah. Erstschritte Lebensziel erreicht. Zeig mal, ich habe jetzt 1 Dollar aufgenommen. Ja, 1 Dollar eingenommen. Cool, cool. Nice, nice, nice. Ich bin immer noch 51, oder? Ja. Alter. Mann, jetzt, ich muss... Ne, gucke ich beim nächsten Mal nach. Ähm, 4 Stunden. Hier, 20 Kröten. Da haben wir wieder 100 auf der Hand. Ähm, 4 Stunden. Okay. Okay. Das haben wir erreicht. Yeah. Auftrag abgeschlossen. Äh, sehr gut. Du hast einen Talentpunkt erhalten. Immer wenn du auf ein Level aufsteigst, bekommst du einen Punkt, den du zum Verbessern und entdeck eine neue Art von Videos investieren kannst. Komm und nutze deinen neuen Talentpunkt. Wo? Oh, mach mal. Ne, wer ist denn das? Reden. Bitte eines Freundes. Hey, Aik, ich möchte ein Gameplay-Video machen, weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll. Könntest du ein Video machen und es hochladen? Ich werde dir das Spiel schicken. Okay. Ähm, wo ist denn dieser Punkt? Da. Eindrücke, äh, Platforming, Racing, Sport, Sandbox, Puzzle Level 2. Äh, Spiele bringen 20% mehr Likes. Nimm Eindrücke für die neuesten Spiele auf, um das Interesse deiner Fans zu wecken. Ja, das ist ein Dinger. Das da. Ähm, welches Spiel ist das? Oh nein, sieht aus wie ein Fußballspiel, oder? Oh, ne, ist es nicht. Okay. Ähm. Lass mal ein Preview machen. So. Äh. Zusammenfassung. Lass da. Du hast eine Tracht Prübel bekommen. Warum? Ja, lustige Kritik. Titel, weicher Fokus. Rendern. Akzeptieren. Hochladen. Glück und Stabbel 3. Du hast einen Talentpunkt verdient, du hast 32 neue Kleidungsstücke, du hast 3 neue Einrichtungsgegenstände, Du hast drei zusätzliche Auslau-Punkte und du hast ein neues Widget für deinen Computer freigeschalten. Cool, her damit. Ich habe 100 Kröten, her damit. Nein, das nicht. Hier. 19 Zoll Monitor hat den, wir brauchen erstmal eventuell ein neues Mikro, würde ich sagen. Und vielleicht eine neue Facecam. So. Hallo, äh, äh. Okay. Ah. Öffnen. Nice. Du hast ein E-Mail erhalten. Komm, schneide weitere Videos hoch. Deine Freunde mögen es, dass du sie nicht vergessen hast, als du berühmt wurdest. Und deine Freundschaft hat sich verbessert. Na los, nehmen wir nochmal eins auf vier. Und zwar das da. Natürlich, mit der neuesten Kamera und dem neuesten Mikro. Weiter. Hä? Ach, weil der gerade hochladet, oder wie? Dann gehen wir uns so lange was essen. Was ist denn das hier unten? Warum ist denn der hier so ein böses Katzengesicht? Ah, und jetzt können wir das hier machen, oder was? Ja, schön. Einmal. Errungenschaft freigeschalten, Funkenflug. Ja. So. 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 Oha, mein PC ist kaputt. Hochladen. Oh. Hoppla, es scheint, als würde dein PC Probleme machen. Ach, ich muss meinen Zustand mal prüfen. Mach mal gleich, wenn das hochgeladen und veröffentlicht ist. Ja. So. Vier Kröten eingenommen, drei Kröten eingenommen. Nice, nice. Komm, lad mal schneller hoch. So. Haben wir abgeschlossen. Oh, hi. Boah, das ist ein Mädel. Mama? Yeah. Wow. Ähm. Ich kann mit der nichts mehr machen. Okay. Ah, cool, ein Techniker. Aha. Warum kann ich mit der nicht mal interagieren? Äh. Er war repariert, also wollte ich mir einige neue Komponenten im Computershop ansehen. Ich konnte einfach direkt per Mausklick aufrüsten. In diesem Laden konnte man alle möglichen Sachen kaufen, um seine Workstation aufzuwerten. Jede Komponenten für sich hat eigene Renderpunkte. Ach, und man konnte auch die Bearbeitungssoftware aufrüsten, um mehr Effekte hinzufügen zu können. Okay. Wenn du jetzt nicht lernst, werde ich dir Hausarrest geben. Danke, dass du das Video hochgeladen hast, Eik. Ich werde all meinen Freunden erzählen, wie gut du darin bist. Übrigens gibt es in ein paar Tagen einen Gaming-Kongress, wo du andere YouTuber treffen und Retro-Konsolen kaufen kannst. Du kannst dein Ticket über die Smartphone-Kalender-App kaufen, falls du hingehen willst. Ich muss erst mal. Hallo? Ich will raus hier. Aus meinem Haus. Ähm. Kalender. Du brauchst 50 Tacken. Ja, war klar. Es war sehr wichtig, meine Teilnahme per App zu bestätigen. Und es hat immer... Gut. Ich muss erst mal lernen. Hä? Was ist denn das da? Ähm. Ich muss mal ganz kurz. Nee, haben sie nicht. Okay. Kart, ne? Ich hab eine neue Karte. Hier unten, ne? Ah, okay. Übergang in Schwitz, ne? Studenten, hol dir ein neues Videospiel. Nein, ich hab kein Geld. Ich geh nochmal lernen, damit meine Mutter glücklich ist und mir was schenkt. 1.500 Abonnenten, ne? 1.500 Abonnenten, ne? 10.000 Views. Holy shit. Ich brauch Geld. Ich geh erstmal ne Runde Dösen im Bett. Und dann nehmen wir erst mal das nächste Video auf. Aber das gibt's dann im nächsten Teil. Wow. Ich, äh. So. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Bleibt entspannt. Genieß den Tag und bye bye. Bye bye. Bye bye.